Murray hat einmal gesagt, ich versuche zu klingen wie Automotoren oder wie das Zersplittern von Glas. Und die englische Kritikerin Valerie Wilmer schreibt, Murray ist besessen von der Idee der Stärke und Intensität in der Musik. Sonny Murray spielt zusammen mit dem Gitarristen von Pharao Sanders und von Herbie Mann mit Sonny Sherrock. Und hier kommt nun der Schlagzeuger des neuen Freien Jazz, Sonny Murray und Sonny Sherrock. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018